Mehrdimensionale Zufallsvariablen. Kapitel 2 machen wir erst die diskreten Zufallsvariablen. Die Zufallsvariablen x1 bis xn, die heißen diskret, oder die Zufallsvariable x1 bis xn, die heißt diskret, wenn ihr Wertebereich endlich ist. Und wir werden hier nur die rein diskreten und rein stetigen Zufallsvariablen haben. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass jetzt sein oder andere x hier in dieser Zufallsvariable einen stetigen Wertebereich hat und andere diskrete. Das machen wir nicht. Bei uns sind die Zufallsvariablen entweder diskret oder eben stetig. aber nicht gemischt. Und diese diskrete Zufallsvariable hat eine sogenannte gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion. Und die schreibt man formal. Das ist eine Funktion von unserer Zufallsvariable, also von x1, von klein x1 natürlich, also vom Ergebnis x1 bis kleines xn. Und das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Zufallsvariable einen bestimmten Wert annimmt, sprich, dass das x1 gleich x1 ist, das x2 ist gleich dem x2 und so weiter bis zum xn gleich xn. Also links steht jeweils ein großes x und rechts das kleine. So, diese Wahrscheinlichkeitsfunktion, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die darzustellen. Bei zweidimensionalen, also wenn Sie eine Zufallsvariable mit einer zweidimensionale Zufallsvariable haben, dann kann man entweder die Wahrscheinlichkeitsfunktion in Form einer Tabelle darstellen, was wir nachher sehen werden, oder auch grafisch. Grafisch gibt es einmal hier so ein Streuungsdiagramm. Beispielsweise könnte man hier eine Zufallsvariable haben. 1, 1, also hier haben wir klein x, klein y oder x1 und x2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann haben wir hier an diesem einen Punkt 0,05. An diesem zweierpunkt ebenfalls 0,05. 0,05. Dann an diesem Punkt, der Wert ebenfalls 0,05. An dem Punkt 0,15. Und hier bei der 3, also jetzt haben wir hier, 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 hier. 0,05, 0,05, 0,05, 0,15 und 0,15. Das ist nicht 4, sondern 3 natürlich. Sorry, 1, 2, 3. Und hier oben gibt es noch diese beiden Punkte hier. Und hier, das sei dann 0,1 und 0,45. So, also man kann es mit so einem Streuungsdiagramm darstellen, dass ich also an jeden Wert die Wahrscheinlichkeit hinschreibe und die Summe der Werte muss dann natürlich wieder 1 ergeben. oder man macht ein Stabdiagramm hier in dieser Parallelperspektive. Beispielsweise, ich habe hier vorne die x-Achse. Nach hinten geht die y-Achse und nach oben geht dann die Wahrscheinlichkeit. Und dann habe ich hier eben 1, 2, 3. Und hier entsprechend 1, 2, 3. Und dann habe ich hier mein Gitternetz. So, und dann Kreuzungspunkten sind dann wieder unsere Punkte. Und dann habe ich hier 0,05. Das ist also ein kurzes Stäbchen. An der Stelle ist ebenfalls 0,05, auch ein kurzes. Dann hier dieses hier ist ebenfalls 0,05. Dann ist dieses hier dreimal so hoch wie das hier. Also ungefähr, sagen wir mal so, 0,15. Und dieses ist ebenfalls dreimal so hoch. Und dann haben wir hier hinten eins, was nur 0,1 ist. Das müsste doppelt so groß wie dieses sein. Und 0,45 dann hier ein ganz hohes. Das wäre so ein Stäbchendiagramm oder Stabdiagramm, wie man es darstellen kann. Hier steht natürlich noch 1, 2 und 3. Oder, also ich finde es am übersichtlichsten, wenn es einfach in der Tabelle drinsteht. Sie haben die eine Variable in die eine Richtung, die andere in die andere. Und dann schreibt man dann in die Tabelle die jeweiligen Wahrscheinlichkeitswerte rein. Soviel zu den stetigen erst mal. Dann gibt es die mehrdimensionalen, äh, soviel zu den diskreten. Jetzt kommen wir zu den stetigen. Zu den mehrdimensionalen, mehrdimensionale stetige Zufallsvariablen. Zufallsvariablen. Die stetigen werden folgendermaßen definiert. Zufallsvariablen Groß-X1 bis Groß-Xn. Die heißt stetig. Wenn es eine Funktion, eine Funktion f von x1 bis xn gibt, sodass die Verteilungsfunktion folgendermaßen aussieht, also das f folgende Gestalt hat. Das ist jetzt die Lücke 48. Die Verteilungsfunktion sieht dann so aus, dass sie ein mehrfaches Integral ist, immer von Minus bis Plus und Endlich. äh, Quatsch, Minus bis x1 natürlich. Also das ist ein n-faches Integral ihrer Dichte-Funktion. Und jetzt nehme ich hier als Integrationsvariable das T. Also von D, Tn bis T1. Und ich habe es schon gesagt, diese Funktion klein f von x1 bis xn, die heißt gemeinsame Dichte. Die gemeinsame Dichte von der Zufallsvariablen, der mehrdimensionalen Zufallsvariablen x1 bis xn. Und wir werden jetzt im folgenden und auch erst für die Vorlesung meistens mit zweidimensionalen Zufallsvariablen arbeiten. Aber es kann sein, dass ab und zu mal doch was mehr als zweidimensionales kommt. Aber im Wesentlichen geht es um zweidimensionale Zufallsvariablen. Und typischerweise bezeichnen wir die dann mit x und y, so wie oben bei dem Stabdiagramm. Oder eben mit x1 und x2. So, dann gibt es den Begriff der Randverteilungsfunktion. und dann gibt es den Begriff der Randverteilungsfe AZT. Und dann gibt es den Begriff der Randverteilungsbrar- Randverteilung bedeutet, dass Sie im Zweidimensionalen nur noch die Verteilungsfunktion einer Variablen betrachten und die andere auf unendlich setzen. Also das F von X ist dann das gleiche wie F von X und das Y auf unendlich, sprich den rechten Rand ihrer Verteilung der Y-Variable. Und entsprechend ist natürlich dann das F von Y gleich F von was? Genau, unendlich und Y. Ja, das muss F1 heißen. Das ist sozusagen von der ersten Variablen und das ist F2. Danke. Man könnte auch Index X oder Y hinschreiben, dann verwechselt man es aber vielleicht mit der Ableitung aus der normalen Dimensionale Analyse. Also F1 ist die erste Randverteilungsfunktion und dieses hier die zweite, F2 und das große F ist die gemeinsame Verteilungsfunktion. So, das ist die Randverteilungsfunktion und entsprechend gibt es dann auch die Randwahrscheinlichkeitsdichte-Funktion oder Randwahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Und die ist dann entsprechend definiert als das Integral, also das F1 von X. definieren wir jetzt nicht über die Verteilungsfunktion, sondern andersrum über das Integral. Das F1 von X ist das Integral von Minusunendlich bis Plusunendlich. und zwar von unserer gemeinsamen Dichte, F1 von X und Y über Y aufintegriert. Und entsprechend, das gilt natürlich auch für die diskreten Variablen. Denn was wäre das im Diskreten, die Randwahrscheinlichkeitsdichte-Funktion für X? Was wäre das im Diskreten? Wenn wir das im Stetigen, ist es hier ein Integral, was ist das dann? Das ist einfach die Summe. Da summiere ich alle Y, also praktisch die Spalte oder Zeile mit allen Ys auf, um dann auf die Randwahrscheinlichkeitsfunktion für X zu kommen. Und entsprechend ist natürlich F2 von Y ebenfalls dieses Integral über alle X. F1 von X, Y und Dx. So, und das haben wir ja schon kurz mal kennengelernt, die bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion. Die bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion, oder man müsste jetzt, ja, das ist nicht ganz richtig, Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion oder bedingte Dichte-Funktion. Das ist ja nicht ganz exakt. Das muss hier Dichte-Funktion heißen. Können Sie ja vielleicht im Skript auch noch korrigieren. Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Wichtig ist, also mir ist es wichtig, dass man hier von Dichte-Funktion im Städtischen spricht, dass man sich immer deutlich macht, dass es eine Dichte ist und dass sozusagen die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion von einem bestimmten Wert, die Wahrscheinlichkeit davon ist das Integral. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsdichte von X ist zwar irgendein Wert, aber das hat keine Aussage über die Wahrscheinlichkeit. Also, wenn man sich hier irgendwie so eine Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion anschaut, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas einen bestimmten Wert annimmt, genau dieses Integral. Und wenn Sie nur einen Wert und nicht einen Bereich oder einen Intervall angeben, dann ist die Wahrscheinlichkeit null. Das nochmal zur Erinnerung. Also deswegen Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. Und die ist das Folgende. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit eines X unter der Bedingung Y rechnen wollen, das ist ja in dem Fall ein F1 von X unter der Bedingung Y. Das ist dann die Wahrscheinlichkeitsdichte-Gemeinsame-Dichte-Funktion geteilt durch die Randwahrscheinlichkeit von Y beziehungsweise natürlich die Wahrscheinlichkeit von Y unter der Bedingung X ist die gemeinsame durch die Randwahrscheinlichkeit von X. F2 von F1 von X. Und das gilt natürlich auch im Diskreten. Diese Formel hier. F1 von X. Das heißt, um eine bedingte Wahrscheinlichkeit, X unter der Bedingung Y zu berechnen, müssen Sie erst die Randwahrscheinlichkeitsfunktion bestimmen. Also von Y und dann die gemeinsame Dichte durch die Randwahrscheinlichkeitsdichte teilen und dann kommen Sie auf die bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion. So und dann schließlich noch der letzte Punkt. diese Zufallsvariablen, die sind genau dann unabhängig. Also Unabhängigkeit. Das heißt, diese X1 bis Xn, die sind genau dann unabhängig, wenn folgendes gilt, nämlich, dass diese gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichte, also F1 bis Xn, dass sie genau das Produkt der einzelnen Dichtefunktionen ist. von F1 von X1 mal Fn von Xn. Das heißt, wenn man die Unabhängigkeit hier nochmal auf die bedingte Wahrscheinlichkeitsfunktion anschaut, das heißt, ein F1 von X unter der Bedingung Y ist genau das gleiche wie F1 von X und dann bekommen Sie diese Unabhängigkeit hier. Dann sind die unabhängig. Dann das Gesetz der großen Zahlen, das dürfen Sie wahrscheinlich auch schon kennen oder vielleicht schon was davon gehört haben. Zumindest, wenn Sie in der Schule Wahrscheinlichkeitsrechnung hatten. Also, Sie haben, gegeben sind folgende Zufallsvariablen X1 bis Xn. Sie haben X1 bis Xn gegeben und Sie haben folgende Eigenschaften. Das sind jetzt drei Zeilen, die hier kommen. Eins, zwei, drei. Also, die sind unabhängig. Das ist die eine. Unabhängig. Und zusätzlich noch identisch verteilt. Die sind, wie gesagt, einerseits unabhängig und jede einzelne Variable besitzt dieselbe Verteilungsfunktion. Und dafür gibt es eine Abkürzung, und zwar nehmen wir das englische Pendant dazu, nämlich i.i.d. Das kommt dann ab und zu mal in den Aufgaben, dass die Zufallsvariablen iid sind. Wofür steht das? Wofür könnte iid stehen? Was heißt unabhängig auf Englisch? Ja, genau. Und identisch? Genau. Independent, identical und was verteilt? Genau, distributed. Also, independent, identical, distributed. Also, wenn irgendwo steht, dass die Zufallsvariablen iid sind, dann ist damit dieses unabhängig und identisch verteilt gemeint. So, die haben auch noch folgende Eigenschaft, dass die natürlich alle den gleichen Erwartungswert haben. Die haben also einen Erwartungswert von mx, i, das sei gleich µ. Und jetzt wenig überraschend, die Varianz ist auch die gleiche. Das heißt, die haben dieselbe Verteilung und auch dieselben Verteilungsparameter. Welche Verteilung diese einzelnen Zufallsvariablen haben, ist hier nicht vorgegeben, sondern nur, dass sie die gleiche haben. Ob es jetzt Gleichverteilung ist oder irgendeine andere exotische Verteilung. Auf jeden Fall müssen sie gleich verteilt sein, denselben Erwartungswert und dieselbe Varianz haben. So, und dann ist folgendes Verhalten gesucht. Das Verhalten von Lücke 54, nämlich der Summe ihrer einzelnen Zufallsvariablen oder oder der Mittelwert oder das Stichprobenmittel, wo ich diese Summe durch die Anzahl teile. Und zwar, was passiert, wenn ich dieses N laufend erhöhe? Ja, also N gewissermaßen gegen unendlich, dass dieses Verhalten ist gesucht. So, das Bekannt ist das, was wir in Lücke 35, 36 und 37 stehen haben. Da gucken wir nochmal auf die, ich bin gleich wieder da, Lücke 35, 36, 37. Also, dieser Mittelwert, dieses Stichprobenmittel sei bekannt, ja, der Erwartungswert dieses Stichprobenmittels sei bekannt, das sei nämlich µ, und die Varianz sei bekannt, also Sigma Quadrat durch N. Diese drei Werte seien bekannt, also schreibe ich es hier nochmal hin, also bekannt, hier ist die Lücke 55, also zwei Zeilen, oder Sie können es auch nebeneinander schreiben, nämlich der Erwartungswert ihres Stichprobenmittels, der sei µ, und die Varianz des Stichprobenmittels, das sei das Sigma Quadrat durch N. Die einzelne Zufallsvariable hat die Varianz Sigma Quadrat, die Varianz ihres Stichprobenmittels ist dann Sigma Quadrat durch N, und der Erwartungswert, das ist der gleiche. Der ist der gleiche, wie von einzelnen Zufallsvariablen X, E. So, und dann gibt es eine Ungleichung von Chebyshev, die wir hier jetzt nicht weiter beweisen, sondern nur hinnehmen, dass das halt so ist. Also, der Chebyshev hat gezeigt, also nicht, das haben wir ja schon gehabt, aber die hatten wir schon letztes Mal, die Lücke 38, gucken wir nochmal hoch. Lücke 38 war hier, also Ungleichung von Chebyshev, hat gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ihr X von einem bestimmten Abstand von dem Erwartungswert hat, dass die größer gleich C ist, die ist kleiner oder gleicher als die, wie die Varianz dieser Zufallsvariablen geteilt durch diesen Abstand zum Quadrat. Das war also diese Zeichnung hier. Das ist also nochmal die Lücke 38 abgeschrieben, dann muss hier parat haben die Wahrscheinlichkeit, dass dieses X minus der Betrag von X minus Erwartungswert von X, dass das größer oder gleich einer Zahl C ist, die ist eben kleiner oder gleich der Varianz geteilt durch das Quadrat dieses Abstandes. So, und das wenden wir jetzt an, angewandt auf unser Stichprobenmittel, also auf XN quer ist 1 durch N Summe E gleich 1 bis N von den einzelnen XIs. Das setzen wir jetzt hier ein, das ergibt dann die Lücke, oh, das ist 57 und das ist 58. Ich setze dieses XN einfach hier für das X ein, das heißt, hier steht erstmal das große XN minus jetzt Erwartungswert von dem XN, was ist das? Müh, genau, also ist XN Betrag von XN minus Müh, dass der größer gleich einem C ist, ist er kleiner gleich, haben wir gesagt, wie, und jetzt die Varianz von dem X, N steht hier, Sigma Quadrat durch N, also steht hier Sigma Quadrat durch N und im Nenner steht noch ein C Quadrat. So, und jetzt schauen wir uns den Grenzübergang an, was passiert für Limes N gegen unendlich? Nämlich daraus folgt dann das Gesetz der großen Zahlen, da schreibe ich groß, groß, das ist aber klein, Gesetz der großen Zahlen, naja gut, was passiert, wenn dieses N hier gegen unendlich geht, dann geht es gegen Null, hier diese rechte Seite, ich sage Limes N gegen unendlich, also ich schreibe sie nochmal ausführlich hin, in die nächste Lücke, das sind zwei Zeilen, also ich habe hier Limes N gegen unendlich von dieser Wahrscheinlichkeit, dass das X N von µ um einen Betrag größer als eine Zahl c ist, die ist dann gleich Null, die rechte Seite geht gegen Null, beziehungsweise andersrum geschrieben, die Wahrscheinlichkeit, also wenn ihre Anzahl gegen unendlich geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Betrag minus µ eben Betragsstriche, dass das kleiner als irgendeine Schranke größer als Null ist, die ist gleich 1. Mit anderen Worten, ihr Stichprobenmittel geht für N gegen unendlich gegen den Erwartungswert. Da kommt auch der Name her, das ist das, was man erwartet, wenn man unendlich oft die Versuche durchführt. Wir gucken uns hier ein Beispiel an, wir würfeln 500 Mal und ich habe das in Matlab simuliert und das ist jetzt eben eins von diesen zufälligen Ergebnissen, hier unten ist die Anzahl der Würfe, hier ist der Mittelwert, also das Stichprobenmittel unserer einzelnen Würfe aufgezeichnet und da sieht man, dass eben mit steigender Anzahl der Würfe hier dieser Mittelwert sich das Stichprobenmittel dem Erwartungswert, nämlich 3,5, den wir folgendermaßen ausrechnen, nämlich wie, also was ist der Erwartungswert bei einem normalen Laplace-Würfel von 1 bis 6, wie rechnen wir den aus? Also ganz formal, was müssen wir da tun? Wir haben eine diskrete Verteilung, was ist die, ja? Genau, genau, also wenn man ganz formal macht, ist das also 1 mal 1 Sechstel plus 2 mal nochmal 1 Sechstel plus eben bis 6 und das ergibt eben genau 3,5. Ja, gibt genau 3,5 und hier jetzt nicht nachgewiesen, aber gezeigt, dass wenn Sie das mit Matlab und Zufasszahlengenerator simulieren, Entwurf von 1 bis 6 mit der gleichen Wahrscheinlichkeit pro Zahl von 1 bis 6, dann kann es zum Beispiel so ein Ergebnis geben und wenn man es nochmal simuliert, dann kommt irgendwie was anderes raus, aber alle Simulationen haben gemeinsam, dass sie sich hier am Ende diesem Erwartungswert, das Stichprobenmittel sich dem Erwartungswert anschmiegt. Es kann auch mal sein, dass irgendwas rauskommt, dass es hier von unten hier hochkommt, so rum, oder dass es erstmal von oben nur kommt und dann hier sich anschmiegt. Alle Simulationen haben wie gesagt gemeinsam, dass sie sich mit der Anzahl der Würfe hier immer mehr an diesen Erwartungswert anschmiegen und wenn sie unendlich oft simulieren, dann ist es dann schließlich die 3,5. Okay. Dann kommen wir zum nächsten, nämlich zu dem zentralen Grenzwertsatz. Und hier haben wir schon die Summe von i, i, d, also von unabhängigen und gleichverteilten Zufallsvariablen. Die sind für große N, also wenn wir das N sehr groß werden lassen und dagegen unendlich geht, wie sind die wohl verteilt? Hat jemand eine Idee? Was kommt raus, wenn Sie ein Zufallsexperiment häufig wiederholen, was für eine Verteilung wird dann rauskommen? eine Verteilung hat einen Namen, also binominal verteilt oder nehmen Sie eine von den sechs, die wir bisher hatten. Bitte? Ja genau, das hat der Gauss rausgefunden, die sind normal verteilt. also egal, was Sie am Anfang für eine Verteilung haben, die eine Voraussetzung ist, dass Sie die gleiche Verteilung haben, aber selbst wenn Sie nicht die Verteilung haben, es gibt auch noch eine weniger strenge Bedingung, die gucken wir uns aber nicht an, wir gehen immer davon aus, die sind identisch verteilt, die sind normal verteilt. die Summe oder das Stich, die Summe ist normal verteilt. Nehmen wir hier ein Beispiel und das ist das Gesetz der großen Zahlen, also wenn Sie einen Versuch häufig wiederholen, geht man davon aus, dass die Verteilung gleich bleibt beim Versuch, wenn Sie dann die Summe nehmen, dann haben Sie eine normal verteilte Zufallsvariable. Angenommen, Sie haben wenn Sie nehmen drei Ihr Experiment besteht aus drei Versuchen und diese x1, x2, x3, die sind in diesem Intervall 0 bis 1 gleich verteilt und jetzt bilden wir drei Zufallsvariablen, nämlich das Z1 sei x1, das z2, das x1 plus x2 und das z3 sei eben die Summe aller drei Variablen. Dieses z1, was hat das, wie Sie denn dann, wenn ich grafisch, jetzt zeichnen wir hier grafisch die Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion auf, wie sieht denn die Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion unseres Z1 aus, was muss ich dann hier rein zeichnen? Wie sieht die aus? Die Wahrscheinlichkeitsdichte Funktion von Z1 Genau, das ist, also Also angenommen, hier wäre die 1, dann male ich sie mal in rot und sagen wir hier oben, das ist ihre Gleichverteilung. So, was steht hier an der y-Achse? Welchen Wert darf ich hier hinschreiben? 1, genau. Weil die Fläche 1 ist und 1 mal 1 gibt 1. Sorry, das ist nicht f von x, sondern das ist f von z1, um genau zu sein hier. f von z1 ist dieses hier. Das ist hier links von der y-Achse 0. Und dann von 0 bis 1 ist sie 1. Das war jetzt noch nicht so schwierig. Und die Summe von zwei Zufallsvariablen, das können Sie, wenn Sie beispielsweise das mit Würfeln machen, wenn Sie jetzt nicht hier Gleichverteilung nehmen, sondern Ihren Laplace-Würfel nehmen, dann müssen diese beiden wahrscheinlichkeitsdichte Funktionen miteinander gefaltet werden. Und wer kann mir sagen, was kommt denn raus, wenn ich hier zwei solche Rechteckfunktionen miteinander falte? Bitte? Ja, eine Rampe, und zwar in beide Richtungen. Also wenn ich die beiden miteinander falte, dann ist ja zunächst mal mein Wertebereich geht ja von 0 bis 2. Das kann von 0 bis 1 gehen, x1, x2 geht von 0 bis 2. Also geht meine Wahrscheinlichkeitsfunktion auf jeden Fall mal von 0 bis 2. Also die x-Achse und die Dichtefunktion von z2. Das ist also, wenn ich hier dieses Rechteck miteinander falte, heißt es ja, ist es das gleiche, wie wenn ich das, sagen wir mal, bildlich von links nach rechts durchschiebe und dann die Summe nehme. Das heißt, hier im Punkt 0 haben wir 0 und hier bei 2 haben wir auch 0 und bei 1 haben wir das Maximum 1. Und dann ergibt das hier die Faltung, ergibt dann diese dreieckige Funktion. So, und wenn ich jetzt nochmal eine dazu zähle, dann muss ich diese Dreiecksfunktion nochmal mit der Rechteckfunktion falten. Und wenn man das tut, dann kommt folgendes raus. Das sieht dann ungefähr, dann haben wir hier 1, 2, geht es jetzt bis 3, 1, 2, 3. Wir haben drei Bereiche, nämlich da, wo sozusagen nur eine von diesen dreien einen Wert ungleich 0 hat, die anderen beiden seien 0, dann ist das sozusagen hier da. Die Faltung ist hier eine Funktion dritter Ordnung, die irgendwie so aussieht. Die geht also hier irgendwie in der Art nach oben, hat hier einen Wendepunkt, erreicht ihr Maximum bei 1,5. Und zwar, das Maximum ist bei 3 Viertel. Haben wir denn hier 1, 2, 3, also irgendwie irgendwo hier, sagen wir hier ist, das hier ist 1. Hier haben wir 3 Viertel ist das Maximum. Dann haben wir hier das Maximum hier bei 3 Viertel und 1,5, eine Konkave-Funktion. Und dann wird die wieder konvex. Hier ist wieder ein Wendepunkt und dann läuft es hier unten, hier unten haben wir Steigung 0, hier Steigung 0, hier. Also haben wir hier so eine stückweise definierte Funktion. Das müsste hier natürlich auch noch auf der gleichen Höhe sein. Ich versuche es mal noch ein bisschen schöner zu zeichnen. Also hier ungefähr. Ja, also so symmetrisch um den Mittelwert. Oder um diesen Wert hier. So, und wenn man das eben häufig genug macht, dann kommt am Ende die gaussische Normalverteilung raus. Und das ist mit einer beliebigen Verteilung. Also wir haben es jetzt hier mit der Gleichverteilung gemacht, aber wenn die jetzt auch die einzelnen Zufallsvariablen beliebig anders verteilt sind, jeweils gleich. Und wenn man die jeweils miteinander faltet, dann kommt am Ende immer die gaussische Normalverteilung raus. Das werden wir hier nicht beweisen, weil das ist nicht ganz leichte Kost. Das ist auch unnötig, Hauptsache Sie wissen, dass das rauskommt. So, das heißt, daraus folgt dieser zentrale Grenzwertsatz. Nämlich, dass die Summe von Zufallsvariablen i gleich 1 bis n von xi, die ist normal verteilt, wenn das n groß genug ist. Und der Erwartungswert, der Summe, der ist natürlich das n-fache von dem Erwartungswert einer der einzelnen Zufallsvariablen, also n mal µ. Also der Erwartungswert war hier 0,5, hier ist er 1 und hier ist er 1,5, also 3 mal 0,5, n mal µ. Und die Standardabweichung ist dann entsprechend Sigma mal Wurzel n. Und diese Approximationsvoraussetzung, dass diese Verteilung gilt, die ist im Allgemeinen, also die Approximationsvoraussetzungen. Das ist im Allgemeinen, dass das n größer als 30 sein sollte. Und es gibt aber einen Spezialfall, nämlich diese Binomialverteilung. Da gilt, wo sind wir jetzt, das war 66, dann sind wir jetzt bei 67. Das n mal p, das muss größer gleich 5 sein und n mal 1 minus p muss ebenfalls größer gleich 5 sein. Wenn das gegeben ist, dann dürfen Sie auch bei n kleiner als 30 die Binomialverteilung mit Hilfe der Normalverteilung annähern. Und dann gibt es die sogenannte Gauss-Statistik, wenn Sie nämlich folgendes tun. Wenn Sie diese Summe entsprechend von dieser Summe, Summe x, i, i gleich 1 bis n. Wenn Sie davon den Erwartungswert abziehen, also n mal µ und durch Sigma mal Wurzel n teilen, also durch die Standardabweichung teilen, ist das also gleich Ihrem Stichprobenmittel. Ich teile jetzt oben und unten durch n, dann ist das Stichprobenmittel minus das µ geteilt durch, ich habe hier unten durch n geteilt, also haben wir hier Sigma mal 1 durch Wurzel n. Und das ist dann eben gleich, dieses Wurzel n bringe ich hier nach oben, Stichprobenmittel minus µ geteilt durch Sigma mal Wurzel n. Diese Operation auf Ihre Zufallsvariablen, die lässt sich dann eben approximieren mit der Standard-Normalverteilung. Also egal, wie diese einzelnen Zufallsvariablen verteilt sind, solange sie nur identisch verteilt sind und unabhängig sind, dann holen Sie den Erwartungswert und die Standardabweichung kennen Ihres Zufallsexperiments, dann können Sie mit dieser Operation sozusagen, bekommen Sie eine Zufallsvariablen, die eben Standard-Normalverteilung verteilt ist und das kann man dann natürlich entsprechend wieder zurückrechnen. Machen wir ein Beispiel. Also wir haben x1 bis x12, die seien gleich verteilt in 0 und 1. So, und jetzt suchen wir die approximative Verteilung von der Summe von y gleich diese Summe, y gleich 1 bis 12 von den x i minus 6. Wir wollen die Verteilung dieser Zufallsvariablen annähern. So, dann folgt daraus mit unseren letztes Mal hergeleiteten oder gezeigten Zusammenhängen, also Lücke 18, 19, 29 und 30. Wir gucken uns an, was das hier was ist. 18, 29. Also wir haben hier, das war die Regel 3, diese lineare Transformation, dass der Erwartungswert eben in linearen Transformationen der Konstante herausziehen und den Faktor ebenfalls, also a plus b mal eO mal Erwartungswert von x und dass der Erwartungswert an der Summe gleich die Summe der Erwartungswerte ist. Dann haben wir noch 29 und 30. im Prinzip die gleichen Regeln für die Varianz. Also hier, der Konstantanteil fällt weg, Sie ziehen den Faktor mit dem Quadrat raus und Sie können die Varianz in die Summe reinziehen. Mit diesen beiden Regeln ergibt sich also für dieses hier der Erwartungswert von dem y ist dann, also ich ziehe, ist der Erwartungswert dieser linearen Transformation, das heißt, ich kann das dann auch hier reinziehen und den Erwartungswert der einzelnen xis hier nehmen. Also das ist dann i gleich 1 bis 12 von dem xi minus 6 und das ist eben 12 mal 1 halb minus 6 gleich 0 und die Varianz von diesem y, machen wir jetzt die gleiche Operation, ist dann der Konstantanteil, der Konstantanteil, der fällt weg. Das heißt, wir haben dann nur noch, wir ziehen die Varianz hier rein, wir haben also, hier muss natürlich ein e noch da stehen, der Erwartungswert von xi und hier ist es die Varianz von dem xi. Der Konstantanteil fällt weg bei dieser linearen Transformation. Und die Varianz einer Gleichverteilung hatten wir ja letztes Mal, das war b minus a zwölftel. Das b minus a ist 1, das heißt, die Varianz ist ein Zwölftel. i gleich 1 bis 12. Ich summiere also 12 mal ein Zwölftel auf. und das ist in dem Fall natürlich 1. Das heißt, ich kann diese Summe, könnte ich jetzt durch die Standard-Normalverteilung approximieren und ist das eine gute oder eine schlechte Approximation? Wenn ich jetzt diese Summe hier mit der Normalverteilung approximiere, ist die gut oder schlecht? Die Approximation. Die einzelnen x sind gleich verteilt. Ich zähle 12 von denen zusammen. Ist schlecht wegen? Genau. Also, das ist eine schlechte Approximation wegen n kleiner als 30. Schlechte Approximation. Genau. Zu diesem mehrdimensionalen Kapitel gibt es ein paar schöne Aufgaben im Papula. Schauen Sie sich die an. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie es entweder in Moodle, in Moodle habe ich doch so eine Fragenantwort-Forum eingerichtet und da müsste ich eine E-Mail bekommen, wenn Sie da eine Frage reinstellen. Und dann kann ich das über Moodle beantworten oder, wenn das irgendwie was Größeres ist, dann hier eben auch in der Vorlesung. Vielen Dank.